Was ist die Gesellschaft? 15. Immer den bösen Einzelfall verallgemeinern. 20. Beschimpfen Sie Ihre Feinde. 44. Grenzen Sie aus. 45. Behaupten Sie, dass die anderen Sie ausgrenzen. 56. Lügen Sie. Setzen Sie Fakten außer Kraft. 61. Verbreiten Sie Verschwörungsmythen. Und zum Schluss leugnen Sie jedes Muster. 61. Verbreiten Sie auf 3. Höтиauen Sie. Vielen Dank.